Grenzenlos im Spiel, vereint im Sport. Bei den 13. Berlin Masters erwacht auf dem Gelände der Turmgemeinde Berlin 1848 die Leidenschaft für Jugger zu neuem Leben. Zwei Tage lang brennen 24 Teams darauf, mit perfekten Treffern und ausgefeilten Strategien ihre Rivalen zu übertreffen und den Champions-Titel zu erringen. Wir sind Leute, die einfach richtig Bock darauf haben, auf das, was sie hier tun und gerade besonders bei unserem Turnier eben auch dieser Leistungsgedanke, dass halt alle hier sind, um richtig hochklassiges Jugger zu spielen. Beispielsweise treffen die kraftvollen Spielstile der US-Teams auf die geschickte Taktik der spanischen Mannschaften, während die Schweizer mit ihrer Präzision und die deutschen Teams mit ihrer strategischen Brillanz punkten wollen. Ich bin hier, weil ich in meinem Leben auch mal außerhalb Spaniens Jugger spielen wollte. Und so machen diese Vielfalt an Spielansätzen und kulturellen Einflüssen jedes Match zu einem spannenden Wettstreit. Ich wusste bereits, dass jedes Team hier zu den Top 12 und Top 20 gehört. Ich bin definitiv mit einem offenen Geist hierher gekommen, um alles zu lernen, was ich kann. Beim Jugger geht's nicht nur um das Spiel, sondern um echte Action. Zwischen zwei Teams kämpfen darum, den Jug, das Herzstück des Spiels, ins gegnerische Tor, die Malt zu bringen. Ein Quick pro Team trägt und punktet mit dem Jug, während mehrere Pompfer die Verteidigung übernehmen und die Gegner mit gepolsterten Waffen in Schach halten. Treffer zwingen Spieler für eine Zeit zum Aussetzen, bis sie durch den Rhythmus der Trommelschläge zurückkehren können. Aber was besonders zählt, ist, dass… Niemand wird irgendwie stehen gelassen. Es sind alle immer involviert. Und auch die, die nicht spielen, die jetzt nicht gerade auf dem Spielfeld sind, stehen halt eben neben dem Spielfeld, rufen irgendwelche Tipps rein, rufen irgendwelche Sachen zu. Sagen, ey, guck mal, der steht gleich wieder auf. Am Columbia-Damm zeigen sich die Berlin Masters in seiner ganzen Pracht. Action-geladen, taktisch anspruchsvoll und mit einem Hauch kultureller Vielfalt. Jedes Match enthüllt die tiefe Leidenschaft, die Jugger über die Grenzen des Sports hinaus zu einer globalen Bewegung macht.